Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. J'apprends l'Allemagne. Nummer 88 Nummer 88 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Das Kind läuft über die Massagematte. Die Mutter hält es fest. Das Kind läuft über die Massagematte. Die Mutter hält es fest. Das Kind läuft über die Massagematte. Die Mutter hält es fest. L'Enfant marche sur le Tapis de Massage. La mère le tient fermement. Ich sitze auf den Stufen einer mittelalterlichen Festung. Ich sitze auf den Stufen einer mittelalterlichen Festung. Ich sitze auf den Stufen einer mittelalterlichen Festung. Je suis assis sur les Marches d'une forteresse médiévale. Die Hotelrezeption ist nicht besetzt. Ich nutze die Klingel. Die Hotelrezeption ist nicht besetzt. Ich nutze die Klingel. Die Hotelrezeption ist nicht besetzt. Ich nutze die Klingel. La réception de l'hôtel n'est pas occupée. J'utilise la sonnette. Ich habe online eine neue Computermaus gekauft. Die Bezahlung hat funktioniert. Ich habe online eine neue Computermaus gekauft. Die Bezahlung hat funktioniert. Ich habe online eine neue Computermaus gekauft. Die Bezahlung hat funktioniert. J'ai acheté une nouvelle Souris d'ordinateur en ligne. Le paiement a fonctionné. Beim Bergsteigen achte ich auf die richtige Absicherung. Beim Bergsteigen achte ich auf die richtige Absicherung. Beim Bergsteigen achte ich auf die richtige Absicherung. Lorsque je fais de l'alpinisme, je fais attention à bien m'assurer. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie sofort. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie sofort. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie sofort. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. In Deutschland werden jährlich fast 2 Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. Mein Freund arbeitet im Ausland. Wir machen jeden Tag einen Videoanruf. Mein Freund arbeitet im Ausland. Wir machen jeden Tag einen Videoanruf. Mein Freund arbeitet im Ausland. Wir machen jeden Tag einen Videoanruf. Mein Freund erhält einen unerfreulichen Anruf. Mein Freund erhält einen unerfreulichen Anruf. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Mein Freund erhält einen unerfreulichen Anruf. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Ich sitze am elektrischen Piano und komponiere ein Lied für Elena. Ich sitze am elektrischen Piano und komponiere ein Lied für Elena. Ich sitze am elektrischen Piano und komponiere ein Lied für Elena. Ich pflanze eine neue Hecke. Sie trennt unser Grundstück vom Nachbargrundstück. Ich pflanze eine neue Hecke. Sie trennt unser Grundstück vom Nachbargrundstück. Ich pflanze eine neue Hecke. Sie trennt unser Grundstück vom Nachbargrundstück. Ich pflanze eine neue Hecke. Sie trennt unser Grundstück vom Nachbargrundstück vom Nachbargrundstück. Delia ist krank. Neben ihrem Bett liegen Tabletten und ein Fieberthermometer. Delia ist krank. Neben ihrem Bett liegen Tabletten und ein Fieberthermometer. Delia ist krank. Delia ist krank. Ich habe einfach alles unsortiert in den Schrank gelegt. Ich habe einfach alles unsortiert in den Schrank gelegt. Ich weiß nicht, wie ich Ordnung halten soll. Ich habe einfach alles unsortiert in den Schrank gelegt. Ich weiß nicht, wie ich Ordnung halten soll. Ich habe einfach alles in den Schrank gelegt. Ich weiß nicht, wie ich Ordnung halten soll. Wo soll ich das noch hineinpacken? Der Schrank ist voll. Wo soll ich das noch hineinpacken? Der Schrank ist voll. Wo soll ich das noch hineinpacken? Der Schrank ist voll. L'armoire ist pleine. Am Steuer mache ich alle zwei Stunden eine Pause. Dann mache ich ein Paar Fitnessübungen. am steuer mache ich alle zwei stunden eine pause dann mache ich ein paar fitnessübungen am steuer mache ich alle zwei stunden eine pause dann mache ich ein paar fitnessübungen au volant, je fais une pause toutes les deux heures ensuite, je fais des exercices de fitness zuerst knete ich den teig dann nehme ich eine teigrolle und rolle ihn aus zuerst knete ich den teig dann nehme ich eine teigrolle und rolle ihn aus tout d'abord, je pétris la pâte ensuite, je prends un rouleau de pâte et je l'étale auf deutschen dächern gibt es immer mehr photovoltaik anlagen auf deutschen dächern gibt es immer mehr photovoltaik anlagen les installations photovoltaiques sont de plus en plus nombreux sur les toits allemand hast du kleine schrauben gekauft? ich brauche mindestens 100 stück hast du kleine schrauben gekauft? ich brauche mindestens 100 stück Unsere beiden Hamster fühlen sich wohl in ihrem gelben Häuschen. Unsere beiden Hamster fühlen sich wohl in ihrem gelben Häuschen. Unsere beiden Hamster fühlen sich wohl in ihrem gelben Häuschen. Die Schuhe gehören in den Schuhschrank. Bitte stelle sie dort hinein. Die Schuhe gehören in den Schuhschrank. Bitte stelle sie dort hinein. Die Schuhe gehören in den Schuhschrank. Bitte stelle sie dort hinein. Les chaussures doivent être rangées dans l'armoire à chaussures. S'il te plaît, mets-les là. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Voici maintenant quelques répétitions. Ich hätte gerne noch einen Ananas-Cocktail. Ich hätte gerne noch einen Ananas-Cocktail. Je voudrais un autre Cocktail à l'ananas. Die Eltern haben abgestimmt. Das wird das neue Logo des Kindergartens. Ich habe eine Schaukel aus einem Reifen und einem Seil gemacht. Ich habe eine Schaukel aus einem Reifen und einem Seil gemacht. J'ai fait une balançoire avec un pneu et une corde. Ich habe mein Handy auf dem Tisch vergessen. Ich habe mein Handy auf dem Tisch vergessen. J'ai laissé mon téléphone sur la table. Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Les fleurs dans les bottes jaunes ont l'air bien. Qui t'a donné l'idée? Weißt du warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ich meine es ernst, ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Je suis sérieux. Je veux que tu me dis tout de suite où tu étais hier. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Avec le soutien de la ville, notre association a pu construire la première ère de jeu des environs. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Willkommen zu meinem heutigen Video. 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 Gib uns bitte ein Like. Et donne nous un Like, s'il te plaît.